Ich bin gleich da für dich, Hanni, ja? Ich leg dich mal kurz zur Seite. Oh, ne, da kriegst du das. Ich schlampe halt noch keinen, ne? Ja, Schlampechen, nimm dir mal einen raus. Oder hast du... Na, Douglas, du hast hier einen rausgekogelt und willst noch einen haben. Ein kleiner, frecher, schlumpenlump. So. Oder jetzt. Na, ist dir das besser, meinst du? Genau, Douglas. Schlampechen. Oh, meinst du zu essen? So, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen. Ich würde es nicht mehr machen. So, ich würde es nicht mehr machen. Vielen Dank.